Und weiter geht's, ich habe jetzt da nichts verkauft, das einzige was ich gemacht habe ist, ich habe die Finsterrüstung angezogen, die schaut verdammt cool aus, hat zwar nicht so viel Rüstung wie den Drang Lake, aber anscheinend tut die Lebensenergie absorbieren, ich weiß aber nicht ob das stimmt, schauen wir mal, dann war das natürlich ein Hammer, aha, probieren wir es mal, uh, da sind verdammt Fischer gestorben, Okay, irgendwie, auch gibt's ein, äh, okay, voll die Lebensenergie, ah ja, na ja, ah, ja, vergiss, wow, wooptidoo, da geht's runter, da ist der Gelände, ich hoffe, da treibt's mir nicht runter, nein, Ein Böser, oder, ja, ah, ah, na, ist schon ein geiles Thema, hm, perfekt, sind wir da, gar nichts, okay, könnt ihr mal Fackel anzünden, mal schauen, ob wir das noch brauchen, Irgendwie fällt mir da der Höhen von der Finsterrüstung, mal schauen, ob wir den irgendwo finden, oder wo denn, ob das überhaupt Sinn macht, Wow, bam, Okay, okay, da kriege ich jetzt die ganzen Steine schon langsam zusammen für einen Schmied dann, Leuchtfeuer, wo, ne, oder, der braucht vielleicht eins, rechtes Bein, der linkes Bein, Okay, okay, gibt's da irgendwas Spezielles, Hm, was ist das da, A Brunnen, irgendein, alter, Mit ein paar Knocherl drinnen, Hm, da steht was, Oder auch nicht, Auf jeden Fall bin ich um einiges wieder agiler mit der Rüstung, die ist nicht so schwer wie die, aber ich weiß nicht, wie viel Schaden das ich mit dem nehme, Boah, Okay, das schaut, So, ich glaube, das ist irgendein lässiges Lager, aber wenn ich da die Leichen da sehe, sicher nicht kein Motor, Ist da was? Nein, Bin da schon wieder, Ah, sehr gut, Leuchtfeuerchen, 13.000 Seelen schon wieder, Aber noch nicht genug, Für mich, Oh, Okay, Die sind alle finster, Also verzaubert, Also Lebensentzug hat die Rüstung nicht, Verflucht sind die, Moment einmal, Jetzt tue ich mal den Ring weg, Nein, ich glaube, das ist eine blödsinnige Rüstung, ich hab mir gedacht, da kriege ich pro Treffer dann Leben oder so, Boah, Jetzt hat's mich schon geschreckt, jetzt habe ich den aus dem Augenwinkel gesehen, Na, da krieg ich auch kein Leben, wenn ich den Ring weg tuu, Hm, Hain, Nein, 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 nein. Das ist eh das Leichtfeuer da. Okay, ich weiß nicht, ob das gescheit ist. Das schaut nach Falle aus irgendwie. Geiler Move. Okay, lotter Schrot. Okay, besser ist nichts. Tja. Das tut sich nicht wirklich viel. Das tut sich nicht wirklich viel. Das tut sich nicht wirklich viel. Blutungspfeil, okay. Okay, momentan ist es noch chillig. Boah. Schwein da. Aber es hält doch wirklich gut aus. Bist doch nicht. 500. Hm. Ich glaube, ich brauche eine neue Waffe. Schon langsam komme ich da irgendwie an die Grenzen. Obwohl ich es schon aufgewertet habe auf Plus 7. Aber ich glaube, ich brauche da wirklich was Gescheites. Ich meine, er macht nicht schlecht Schaden, aber so richtig mächtig ist das nicht mehr. Okay, da kriegen wir wieder ein paar Scherberl. Ich glaube, irgendwo können wir wieder kaufen für Seelen. Boah. Wo geht's da weiter? Da rauf. So, immer da rauf. Hm. Okay, da ist nichts. So, da kann man auch nicht einspringen, oder? Obwohl, da geht's weiter. Kann man da einspringen, aha. Probieren wir das doch, glaubt was. Roll dich rein ins Verderben! Nein, geht eh nicht. Ich glaube, da muss man irgendwo anders hin. Gibt sicher einen Zugang. Aber vielleicht geht's. Aber ich würde das jetzt gar nicht großartig ausprobieren. Da ist es leicht höher. Wollen wir schon. Haben wir auch schon. Okay, weiter geht's. Weiter, Forder. Ich habe schon vorher geglaubt, ich bin schon lange durch mit dem Spiel dabei. Das ist ja extrem. Da kommt ja doch noch einiges. Hm. Okay, der Stein schaut so aus, wie wenn er runterfallen würde. Okay, ja. Ja, das war ja sowas von klein. Da ist schon ein bisschen eine Verhöhnung, schon fast. Was ist denn das? Der alter Schwede. Ich hoffe, ich muss nicht auf dem Gerüste herumklettern irgendwie. Da ist noch ein Stein. Wo ist der? Der alter Schwede. Das wird das nicht mehr wendig. Waa? Fuuuuh! Ja, alter. Was hieß denn? Uaaah! Fuuuuh! Pfff! O alter. Was geht denn? Die halten auch schon gescheit viel aus, die Penner da Und krieg 5 auf einen Schlag, ich weiß es ja nicht Ja, was geht, der Hund Ich komm auf einmal so schwach vor wieder Das ist ja arg War schon so mächtig Und dann das Ich meine, ich mach zwar, ich mach eh nicht schlecht Schaden Aber die Ich glaub, ich mach einfach schon mittlerweile nicht mehr gut Schaden Aber es hilft eh nichts, wenn ich jetzt eine Stunde drüber philosophiere Müssen wir uns überlegen Okay, da haben wir alles Ich geh nicht mehr lieber die Leute, wenn ich nicht wieder Falschschaden an Sinnlosen Ja, bist du gelähmt Puh Steht da Boss oder was? Nein Okay, da kann ich dann noch vielleicht durchrehen Den mit der Fackel rein ins Gesicht Was ist da? Was ist da? Was haben wir da? Schwäche, zerstörte Ausrüstung. Kann mir da Fackel anzünden? Natürlich nicht. Wieso kann mir da keine Fackel anzünden? Da brennt es doch, Mann. Aber bei Leichtfahrer kann man ja aussehen. Ha! Holt mir sehr schönes Fackel. Mit 2 Stunden und 4 Minuten. Ich glaube, das kann ich bis zum Spielend durchbrennen lassen, die Fackel. Das war einmal Speedrun nur mit Fackel. Ohne alles, ohne Schwert. Ohne Schwert, nur mit Fackel. Hm. Lauf, Mann, Lauf. Okay. Aha. Entweder wohnt da drin der Spider-Man oder... Es sind Spinnengedöns-Tiere drinnen. Die Angst haben vor dem Feier. Oh Gott. Ah, das schaut einmal nicht gut aus. Da kann man nicht sicher 2.000... ...spinnen. Boah, das Spiel, das macht mich jetzt wieder fertig. Jetzt bin da, Mann. Perfekt. Hm-hm. Da sind sie eh schon. Guck mal jetzt. Huh. Okay. Boah, what the hell, was ist das? Was war denn das? Na, das hilft mir gar nichts. Okay. Wo ist sie greifen oder gar, oder? Habe ich da jetzt irgendeinen Boss beschworen oder so? Okay, Schaden passt. Angriffen haben sie auch nicht, glaube ich, oder? Die Fackel bringt schon was. Ah, toll. Ich habe schon geglaubt, ich brauche keine Fackel mehr in dem Spiel, wie ich das Loch hinter mir brachte. Netz in allen Seelen war wieder mein... Puh. Na, danke. Okay. Kann ich bloß auslassen da, oder was? Ha! Was höre denn da? Eee, jawohl. Ist da unten der Papst, oder was? Mal ziehen. Puh. Ich würde jetzt nicht noch mal alles machen, eigentlich. 19.000 Seelen, Mann. Ach, was soll's. Noch was kann ich fahren, ich hoffe, da ist kein Boss. Nein, es ist ein Boss. Geleg! Oh! Oh! What the fuck? Ich sag noch was soll's. 19.000 Seelen, boom! Instant down. Und dann... Also wenn nächstes mal irgendwer singt, das sollten wir ernst nehmen. Verdammt, 19.000 Seelen, ich mörsch. Die kann man nicht mehr holen. Ja, Alter, wieso in den Kielen? Puh. Du, wenn ich da mein Haar von einer Chance krieb, jetzt. Hm. Ich lauf da einfach durch, jetzt. Bumm, die 19.000 Seelen, die kann ich eh wo hinschieben. Ja, wieder ein Haar von einem Daumen. Okay, zumal ich lecken da. Hm, wie mach ich das am besten jetzt? Ich hab keine Ahnung, was... Boah, scheiße. Leck mich. Ich will meine 19.000 Seelen wieder... Ah, Level. Boah. Ja, und jetzt? Boah. Alter, ich hab keinen Enttäumen, was da geht. Boah. Boah. Ich bin tot. Boah. Weg da mal. Boah. 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 Leute, wo geht es denn da hin? Leute Boah Okay Ausdauermann Ich glaub das war's, oder? Boah, geil Ich hab's geschafft Ja, oi, da vorne Holy crap Einfach einmal so eine lässige Partie da Boah, jetzt muss ich irgendwie Brauch eine Leichtfeier Ich würde jetzt nicht mehr was Gott, wie weit Oh Gott, oh Gott, oh Gott Was ist echt voll sinnlos? Okay Ja, sinnlos Da ist ein Leichtfeier, oder? Wow So Puh Ja, ich mache gut zu wollen, das ist klar Ja, ich mache gut zu wollen, das ist klar